Lass dich mitreißen von einem völlig neuen Laufgefühl. Denn mit seinem in einer Bekleidungsfabrik gefertigten Obermaterial sitzt der Under Armour Speedform Gemini wie eine Socke an deinen Füßen. Komfortabel umschließt das Upper individuell und dank Ultraschall verschweißter Nähte deine Füße. Natürlich ist das Schaftmaterial auch atmungsaktiv, sodass du immer angenehm trainieren kannst. Und auch das Fußbett passt sich deinen Füßen an. So rutschst du im Schuh nicht hin und her. Für die Dämpfung ist beim Speedform Gemini die Charge-Schicht zuständig. Sie macht den Schuh gleichzeitig auch reaktiv. Meiner Meinung nach eine tolle Kombination. Die unterschiedlichen Gummimischungen in der Außensohle machen den Schuh nochmals leichter und robuster. Zudem sorgen die Flexkerben für eine dynamische Abrollbewegung. All diese Eigenschaften machen den Under Armour Speedform Gemini zu einem Neutralschuh, der gerne auch flotter gelaufen werden kann. Du bekommst ihn in deiner Runners Point Filiale oder direkt hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017